Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Pink Panther und ich habe dabei den Eurobus und den Gotthold. Boinsen, hallo. So, wir spielen Titanfall und ich versuche heute mal gar nicht in so einen Titan einzusteigen, sondern ich will mal versuchen ausschließlich als Pilot durch die Gegend zu eiern mit Tarnung und dann habe ich diese komische Pistole dabei, die halt mehrere Ziele gleichzeitig annimmt. Zack, das war die, oh shit, und da war gleich der andere Pilot. Einen Pilot habe ich erschossen und der andere stand gleich da. Also es braucht eine Weile, bis die Pistole das auflockt, aber dann... Der Monat schottet sie alles. Ja, dann geht es eigentlich so ratzfatz ab. Jawohl, das war's wieder, für den guten Mann. Oho, wie die abgeht, die Knarre, Alter, das ist echt unnormal. Das ist echt unnormal. Und ich bin unheimlich schnell, ach nee, das, doch, das habe ich auch schon drinne. Aber das ist schon krass, wie schnell ich bin. Alter, da ballert der mir hier die ganzen Leute weg. Zack, weg ist er. Ey, die Knarre ist echt übel. Was für ein Ding schießt du denn? Mit so einer Pistole. Mit der Auflockwaffe. Scheiße. Ach, die er aufgegenaufloppen kann. Ach, das Ding, ja. Zack, weg. Bums, Alter. Er ist schon hardcore. Ach, Dreck. Nein, oh, hat er eine Granate geworfen, der Hund. Ah. So, jetzt kann ich mir hier so eine Karte nehmen, dass ich jetzt zum Beispiel schneller laufe oder hier diesesjenige, was auch immer das ist. Ich werde jetzt hier meinen Titan spawnen lassen. Und werde aber nicht einsteigen. Jawohl. So, jetzt habe ich V gedrückt. Jetzt heißt, der Titan folgt mir jetzt eigentlich. Mal gucken hier, wo die alle sind. Moment, ziemlich viele Titans unterwegs gerade. Ja, ich sitze gerade auf einem Beruf und matritiere die ein bisschen. So, getan. Weißer. Nein, jetzt hat er mich erwischt. Ja, man muss anscheinend mehr springen. Oh, ich habe jetzt, ich saß jetzt gerade, oder ich habe jetzt gerade den Titan vor mir gehabt. Wo du drauf gesessen hast, das hat er mir angezeigt. Geil. Ja? Ja, ja. Ich habe schon wieder einen Visier hier, zu dem ich gleich reiten werde. Ich habe mich mit der Smart Pistole weggeholt hier. So, ich hole doch mal meinen, meinen Titan-Heini. Der kriegt jetzt übel einen auf die Fresse von mir hier. Das ist geil. Oh, über mir ist ein, äh... Gucken, wie ich hier rumkomme, dass ich mal da zu diesem Piloten hinlaufen kann. Also, ich habe gerade festgestellt, wenn der Titan im Verfolgungsmodus ist, ist der voll die Lüsche. Der ist voll schnell drauf. Ah, da war gerade ein Pilot. Zack, weg ist er. Nein! Äh! Einen erwischt. Ja, jetzt gibt es Action hier. Komm, jetzt wird es zerrubbt. Jetzt nehme ich mal eine Pumpgun. Ist auch cool. Jetzt versuche ich mal hier hinten auf diesen Titan draufzuspringen. Mal gucken, ob das geht. Jetzt ist ein anderer da drauf. Nein, jetzt hat er mich erwischt. Ach, Mist. Ich konnte nicht draufspringen, weil da schon jemand anderes drauf war. Oh, nicht schlecht. Nice. Oh, da sitze ich auf dem nächsten drauf. Ich mache die alle kaputt, indem ich draufhüppe. Oh, kacke. Er hat mich grillt. Wie geht das denn? Aha. Das ist ja immer interessant. Das wusste ich noch nicht. Was denn? Ich habe gerade aus dem Titan draufgehockt, weil ich den ein bisschen kaputt schießen wollte. So von oben. Und da hat der wie so einen Verteidigungsmodus, dass er sich unter Strom setzt. Du wirst ihn grillt. Wenn du da oben draufhockst. Äh, das ist Electric Smoke im Prinzip. Ja, so, so, so. Oh, wir haben verloren. Ah, ich sehe es. Da ist es flüchten, ne? Jetzt heißt es flüchten, ja. Fluchten. Ah, stirb. Oh nein. Toll. Titan habe ich platt gelatscht. Gucken, ob ich es schaffe, da hinzukommen. Ich verfolge dich mal. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Du bist ja sehr feminin, muss ich jetzt sagen, nicht? Ja. Sieht halt. Sieht so ein bisschen blöd aus, wie du läufst. Ja, ich bin getarnt. Mal gucken, ob ich es schaffe. Oh, jei. Ich sage dem Mann, wenn... Oh, oh, da kommt... Das sind doch böse, nicht doch? Ja, ich habe es gesehen. Da ist ein Flieger, dein Taxi... Ne, da oben ist ein Böse. Mach kaputt. Dein Taxi, hau so 50 Minuten ab. Ja, ja, das ist nicht so einfach hier. Das frisst du nicht mehr, das war's. Nein, 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 bleib doch hier. Ich muss auch mit. Ih, der jetzt voll geplatzt hat, wie wir es gesehen. Das ist ja eklig. Ja, wohl, jetzt habe ich noch einen Pilot mitgenommen, Alter. Auch nicht schlecht. Aber fünf Pilot-Kills, Alter. Läuft. Na gut. Vielen Dank fürs Zuschauen, Auzterin. Bis zum nächsten Mal. Schreibt es in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat. Das dem Video, ein Daumen nach oben, Auzterin.